Hallo und herzlich willkommen, liebe Gletterfreunde. Nachdem ich mit dem letzten Video und dem Thema Gletter-Yoga auch endlich die letzte Art meiner regelmäßigen Trainingsanheiten vorgestellt habe, will ich nun klar sagen, welche Trainingsinhalte ich nun wirklich für wie wichtig halte. Weil neben dem Klettern und Bouldern an sich gibt es ja mit Athletik und Körperspannung, Beweglichkeit, Griffbrett, Campusport, Joggen und noch weitere so viele Trainingsmöglichkeiten, die sicherlich alle ihren gewissen positiven Effekt aufs Klettern haben. Ist also alles wichtig oder gibt es doch die noch wichtigeren Trainingsanheiten? Ich halte die Frage für insofern wichtig, da ihr euch ja alle so schnell wie möglich weiterentwickeln wollt und das Thema Zeit einfach ein wichtiger Faktor ist. Nicht jeder von euch kann und will sieben oder mehr Trainingsanheiten die Woche machen. Daher sollte das, was ihr trainiert, auch wirklich sinnvoll und effektiv sein. Egal also, ob ihr jetzt dreimal die Woche, fünfmal die Woche oder noch öfter trainieren wollt. Korrekt betrachtet müsste das Thema eigentlich anhand der individuellen Schwächen und Stärken aufgezogen werden, aber so unterschiedlich sind wir alle miteinander jetzt doch nicht, sodass ich hier eine generelle Aussage zur Priorisierung der Trainingseinheiten mache, wie es wohl für die meisten von euch passen sollte. Also, die Trainingsanheiten mit der Priorität Nummer eins sind natürlich das Klettern und Bouldern an sich. Mindestens einmal, eher aber zwei bis dreimal solltet ihr in der Woche Klettern und Bouldern gehen. Auf die Unterschiede zwischen Seilkletterer und nur Boulderer will ich jetzt hier nicht eingehen, genauso wenig mit welchen Schwerpunkten man die Klettereinheiten gestalten kann. Aber klar ist, ohne Klettern und Bouldern können wir in dieser Sportart nicht besser werden und damit sind das die Trainingseinheiten mit der Priorität Nummer eins. Vielleicht noch ganz kurz an dieser Stelle. Mehr als drei Kletter- bzw. Bouldereinheiten die Woche habe ich persönlich nie gemacht. Der minimierende Faktor war bei mir immer die Haut an den Fingern. Ich hätte meine Klettersessions vermutlich kürzer und hautschonender gestalten müssen, um noch eine vierte Klettereinheit in der Woche unterbringen zu können. Es ist aber sogar tatsächlich so, zu meiner besten Zeit, das war 2014 und 2015, bin ich aber oft sogar nur zweimal die Woche zum Klettern gewesen. Mit der Priorität zwei der wichtigsten Einheiten sehe ich gleichberechtigt zwei Inhalte, die unterschiedlicher gar nicht sein können. Und zwar zum einen die Calisthenics-Einheiten, die ich meist als Athletik- und Körperspannungseinheiten bezeichne und zum anderen die Beweglichkeitseinheiten. Eine 40-minütige eigenständige und ernsthafte Athletik- und Körperspannungseinheit die Woche bringt dabei schon unglaublich viel und ich würde auch den meisten von euch empfehlen, es mit einer Einheit die Woche erstmal auszuprobieren und zu sehen, ob das nicht schon ausreicht. Ich persönlich habe nie mehr als eine Einheit die Woche gemacht. Im Gegenteil, manchmal habe ich auch nur alle zwei Wochen eine Einheit gemacht und konnte meinen Leistungslevel damit zumindest halten. Allerdings war ich dann auch schon immer ziemlich gut in Form. Aber irgendwann bringt auch noch mehr Athletik- und Körperspannung nichts mehr, wenn andere Aspekte größere Defizite aufweisen. In meiner Roadmap zum Athletik- und Körperspannungstraining ist auch anschaulich dargestellt, wie ihr eure Leistung auf diesen Gebieten etwa einordnen könnt. Den Beitrag zu dieser Roadmap verlinke ich euch hier unten in der Beschreibung. Warum ist Athletik- und Körperspannung so wichtig? Umso gefestigter die Klettertechnik wird, desto physisch anspruchsvoller wird der Klettersport und die Fingerkraft alleine deckt die physische Komponente natürlich nicht komplett ab. Gerade in steileren Routen ist dann zunehmend auch die Körperspannung im Rumpf und die Kraft im Schultergürtel, Rücken und Armen gefragt. Kommen wir damit zum Beweglichkeitstraining, das ich wie schon gesagt gleichwertig zum Athletik- und Körperspannungstraining sehe. Eine gute Beweglichkeit ist dem Klettern einfach wichtig, um Tritte leichter oder überhaupt erreichen zu können. Sowohl zur Seite hin, aber noch öfters ist einfach das hohe Antreten gefragt, bei dem man zum Beispiel einfach Hüft hoch den Fuß auf einen Tritt stellt und sich dann auf diesen Tritt sozusagen drauf schiebt und aus den Beinen hochdrückt. Die Beweglichkeit im Beinen und der Hüfte erleichtert das Klettern einfach, deswegen liegt mein Schwerpunkt beim Beweglichkeitstraining auch auf den Unterkörper. Was nicht heißt, dass zur Verletzungsprophylaxe auch der Oberkörper hin und wieder mit gedehnt werden sollte. Meine Beweglichkeitsanheiten sind nun mit circa 20 Minuten relativ kurz, müssen aber meiner Empfehlung nach öfters die Woche gemacht werden. Wenigsten dreimal die Woche halte ich für das Minimum. Fünfmal wäre wirklich schon super und sollte entsprechende Ergebnisse zeigen. Im Gegensatz zum eigenständigen Athletik- und Körperspannungstraining kann das Beweglichkeitstraining auch mit anderen Einheiten kombiniert werden. So könnt ihr es zum Beispiel vor oder nach einer Klettereinheit machen oder einen Teil zur Mobilisation davor und einen Teil zur expliziten Beweglichkeitssteigerung danach der Klettereinheit. Genauso ist das Beweglichkeitstraining mit allen anderen Einheiten kombinierbar. Ihr könnt es aber auch eigenständig irgendwann am Tag unterbringen. Jetzt gibt es gerade bei der Beweglichkeit ein paar wenige Leute, die von Grund auf einfach super beweglich sind. Das trifft häufiger auf Frauen zu. Aber egal, wenn du zu diesen Leuten gehörst, kannst du das Beweglichkeitstraining natürlich stark einschränken oder sogar ganz weglassen und mit der gewonnenen Zeit deinen Fokus auf deine anderen Schwächen lenken. Magst du also schon alle bisher genannten Einheiten, dann wird mit der Priorität Nummer 3 das statische Fingermaximalkrafttraining am Griffbrett für dich interessant. Wir halten uns nun mal beim Klettern mit den Fingern an kleinsten Griffen fest und es dürfte den meisten mit gefestigter Klettertechnik gut tun, wenn sie etwas mehr Fingermaximalkraft hätten. Es gibt natürlich auch hier anatomische Ausnahmen, welche spezielle Hebelverhältnisse und Sehnenansätze in den Fingern haben, die einfach kleinste Griffe auch so festhalten können. Ein Indiz, dass du zu dieser privilegierten Gruppe gehörst, ist vielleicht, wenn du tatsächlich meist keine Probleme hast, die Griffe statisch festzuhalten, aber die Züge zum nächsten Griff dir dann sehr schwer fallen. Ich weiß nicht, wie groß diese Gruppe der anatomischen Fingerkraftgesegneten tatsächlich ist. Daher schätze ich sie einfach mal subjektiv auf ca. 10%. Wenn ihr Studien oder andere Zahlen kennt, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Welche Umfänge sollte nun so eine Einheit haben? Die Dauer beträgt mit Aufwärmen meist 40 bis 60 Minuten und mit einer Einheit die Woche ist man für den Anfang erstmal gut bedient. Bei Bedarf kann dann später noch eine zweite Einheit dazu gemacht werden. Für mich persönlich habe ich über die Jahre einen Mindestabstand von drei Tagen zwischen den Griffbretteinheiten ausgemacht. Ganz wichtig finde ich auch, dass ein Griffbrett-Training eigenständig und frisch gemacht wird, also es bitte nicht noch nach einer Klettereinheit mit dranhängen. Ihr könnt aber ein ca. 20-minütiges, lockeres Bouldern als Warm-up zu einer Griffbretteinheit machen, wenn ihr z.B. in einer Boulderhalle euer Trainingspot habt. Kommen wir damit mit der Priorität Nummer 4 zum Kletter-Yoga, wie ich es erst im letzten Video propagiert habe. An dieser Stelle hast du jetzt schon einen sehr ehrgeizigen Trainingsplan fürs Klettern und kannst mit dem Kletter-Yoga deine Körperspannung und Beweglichkeit auf einer komplexeren Ebene noch weiter verfeinern. Außerdem wird es an dieser Stelle nun langsam Zeit, zunehmend mehr Ausgleich und Verletzungsprophylaxe in dein Training zu bekommen. Warum dir das alles das Kletter-Yoga bietet und wie du es durchführst, kannst du dir sehr ausführlich in meinem letzten Video anschauen. Wenn du alle bisher genannten Einheiten nach und nach in dein Training erfolgreich und dauerhaft integriert hast, dürfte wenigstens ein Jahr vergangen sein. Deine Kletterkarriere insgesamt dauert vermutlich sogar noch länger. Ab diesem Zeitpunkt kannst du darüber nachdenken, das Training am Campus Board als sehr extreme und fingerkraftspezifische Trainingseinheit mit dazu zu nehmen. Für mich persönlich war das Training am Campus Board zu intensiv für meine Bänder und Zähnen, aber auch für die Haut fand ich es immer sehr unfreundlich. Wirklich dauerhaft habe ich daher nie am Campus Board trainiert. Ich war körperlich wohl einfach nie wirklich richtig bereit dafür. Für euch gilt aber, selber ausprobieren, Erfahrungen damit sammeln und schauen, ob es für euch funktioniert. Es gibt auch wirklich sinnvolle und auch spaßige Übungen, die das Training am Campus Board eventuell etwas kurzweiliger als ein Griffbetttraining machen. Mit der Priorität Nummer 6 ordne ich das Joggen ein. Eigentlich solltest du, ob Kletterer oder nicht, sowieso einmal die Wochen joggen gehen. Also jeder Mensch sollte das eigentlich machen, bzw. jedem Mensch würde es gut tun, auch wenn es nur für ca. 20 Minuten die Woche ist. Von daher hätte man das Joggen auch mit der Priorität Nummer 1 einordnen können. Ich will es aber an Nummer 6 stellen, weil so wichtig und gut wie Joggen im Allgemeinen für den Körper und im kardiovaskulären System ist. Für besseres Klettern direkt bringt es leider kaum etwas. Du wirst also, egal wie wenig oder wie viel du joggst, kaum eine Verbesserung deiner Kletterleistung feststellen können. So bringt Joggen zum Beispiel so gut wie nichts für die Kraft Ausdauer beim Klettern, da sich diese lokal in den Unterarmen abspielt und das kardiovaskuläre System dafür zweitrangig ist. Auf der anderen Seite hilft dir aber ein gut trainiertes Herz-Kreislauf-System für deine allgemeine Fitness und damit deine Trainingsumfänge hoch zu halten. Ein weiterer wichtiger Effekt ist natürlich auch, dass deine Knochen, Gelenke und Bänder in der Hüfte und in den Beinen durch das Joggen gesund gehalten werden. Außerdem kann Joggen in einer Diät zur Gewichtsreduktion beitragen und Joggen kann auch die Regeneration fördern. Über das Joggen, Klettern und der Kraft Ausdauer im Klettern habe ich auch schon ein eigenständiges Video gemacht. Auch das werde ich hiermit verlinken. Also auch wenn Joggen super und grundsätzlich sehr empfehlenswert ist, landet es hier wegen dem geringen Übertrag auf die Kletterleistung nur auf Platz 6. Mit der Priorität Nummer 7 will ich gleich ein ganzes Paket an verschiedenen Einheiten zusammenfassen, welche individuell und clever eingesetzt durchaus Sinn machen können, aber auf die Kletterleistung eher einen geringen Einfluss haben. Fangen wir mit Propriozeptiven Training an. Propriozeptives Training, was ist das überhaupt? Man könnte es auch als allgemeines Gleichgewichts- und Koordinationstraining bezeichnen. Slacklining wäre eine Sportart, die im Wesentlichen Propriozeptiv ist. Aber auch auf Wackelplatten und Rollen können entsprechende Gleichgewichtsübungen gemacht werden. Von diesem Training wird aber nur ein kleiner Teil der Kletterer profitieren und zwar diejenigen, welche nennenswerte Defizite in diesem Bereich haben und diese Defizite dann auch die Klettertechnik negativ beeinflussen. Die meisten von uns haben aber auch schon andere Sportarten im Laufe der Jahre betrieben und haben somit im Propriozeptiven Bereich mehr als genug Kompetenzen für das Klettern aufgebaut. Skifahrer, Leichtathleten und Turner sollten zum Beispiel ein sehr gutes Propriozeptives Empfinden haben. Die Propriozeptivsten Sportarten, die mir auf Anhieb einfallen, sind zum Beispiel das Leckleinen, das Skateboarden und das Turmspringen. Wie schaut es mit allgemeinen Ausgleichstraining aus? Zunächst mal kann das die verschiedensten Formen annehmen. Man darf aber nicht vergessen, beim Athletik, Körperspannungs-, Beweglichkeits- und beim Yoga-Training ist schon einiges an Ausgleichstraining automatisch mit dabei. Auch Joggen ist Ausgleichstraining. Ob es darüber hinaus noch mehr braucht, muss dann individuell abgewogen werden. Wenn dir aber eine Sportart wie Volleyball, Skifahren, Fußballspielen einfach nur Spaß macht, dann ist das der beste Grund, diese Sportart neben dem Klettern auch mit zu betreiben. Die nächste Einheit, ein gezieltes Antagonistentraining, also Gegenspielertraining. Das ist meines Erachtens nur notwendig, wenn sich bei dir bereits Klettersportbedingte muskuläre Dysbalancen und Fehlhaltungen wie der Kletterrundrücken gebildet haben und das setzt normalerweise jahrelanges extremes Klettern voraus. Was dann die richtigen Übungen für die betroffenen Muskelgruppen sind, habe ich in einem schriftlichen Beitrag ausführlich festgehalten. Der Link dazu kommt auch unten in die Beschreibung. Bleibt zuletzt noch das allgemeine Krafttraining mit Gewichten, wie es klassischerweise im Fitnessstudio gemacht wird. Für die meisten von uns wird es eher negative Effekte auf das Klettern haben, Gewichtszunahme, Muskelkater, der bewegungsunfreudig macht und am schlimmsten, die Zeit wäre für die meisten mit echtem Kletter besser investiert. Wer mir auf Instagram folgt, der wird aber wissen, dass ich grundsätzlich unglaublich gerne ins Fitnessstudio gehe und Muskelaufbau betreibe. Es hat also nichts damit zu tun, dass ich Kraftsport oder Muskelaufbau nicht mögen würde, aber für den reinen Kletterer ist es nur in Ausnahmefällen oder sehr dosiert eingesetzt sinnvoll. Eine solche Ausnahme könnte sein, dass du wenige solcher Übungen in dein allgemeines Athletik- und Körperspannungstraining mit einbaust, wie zum Beispiel das Bankdrücken, um muskuläre Dysbalancen vorzubeugen. Kommen wir damit zum Ende von diesem langen Video. Ich hoffe, ich konnte euch recht umfangreich erklären, wo ihr eure Zeit und Energie optimalerweise zuerst investiert, um für das Klettern und Bouldern am meisten Nutzen herauszuziehen. Individuell mag es auch Gründe geben, die Prioritäten anders zu legen, aber generell würde ich euch diese Reihenfolge zuerst mal empfehlen. Nutzt also eure Zeit clever, trainiert hart und macht es gut bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Christoph. Körperspannungstraining Körperspannungstraining Körperspannungstraining